Überwinterung von nicht-winterharten Kübelpflanzen Nicht-winterharte Kübelpflanzen werden vor dem ersten Frost an einen von der Herbstnässe geschützten Platz gestellt. Stellen Sie die Pflanzen ins Winterquartier, wenn sich Dauerfröste abzeichnen. Kübelpflanzen sollten möglichst spät ins Winterquartier und möglichst früh im Frühjahr wieder herausgestellt werden. Entfernen Sie zuerst alle abgestorbenen Triebe und Blätter. Überprüfen Sie die Pflanzen vor dem Einräumen auch auf allfälligen Schädlingsbefall. Falls nötig, werden die Pflanzen vor der Überwinterung mit einem Pflanzenschutzmittel behandelt. Achten Sie dabei auf die genaue Dosierungsanleitung. Besprühen Sie auch gründlich die Unterseite der Blätter. Wenn die Pflanzen abgetrocknet sind, werden sie in das Winterquartier gebracht. Nicht-winterharte Kübelpflanzen bevorzugen einen kühlen Keller oder ein Treppenhaus mit Fenster. Optimal ist eine Raumtemperatur von ca. 10 Grad. Damit das Gießwasser nicht auf den Boden fließt, sollten die Gefäße auf einen Unterteller gestellt werden. Achten Sie aber unbedingt darauf, dass kein Wasser im Unterteller stehen bleibt, damit keine für die pflanzenschädliche Staunässe entsteht. Auch Pflanzen benötigen frische Luft. Lüften Sie deshalb an frostfreien Tagen. Eine regelmässige Kontrolle des Wasserbedarfes Ihrer Pflanze ist unbedingt erforderlich. Falls nötig, wird gegossen. Überprüfen Sie die Pflanzen auch im Winterquartier regelmässig auf allfälligen Schädlingsbefall. Befallene Pflanzenteile sollten abgeschnitten werden. Unser Tipp, je heller und wärmer eine Pflanze steht, desto mehr Wasser benötigt sie. In kühlen und dunklen Räumen nur sparsam gießen.